Ja, wir sind auf dem Weg hoch zur letzten Stage, dürfen die jetzt noch trainieren zwischen 14 und 17 Uhr. Es ist jetzt kurz nach 14 Uhr. Es hängt an zu regnen draußen, was glaube ich nicht geil ist, weil das, was die anderen erzählt haben, die die EWS fahren, die haben halt morgen die Stage schon trainiert. Und hier soll es wohl ziemlich slippery und rutschig und noch mehr Wurzeln, die auf den anderen Trades treiben sein. Das heißt, es wird auf jeden Fall spannend. Hier hat schon übel Bock. Ne, ähm, schon Bock da drauf, aber das wird bestimmt spannend gleich. Mal gespannt, was da auf uns zukommt. Und dann haben wir es geschafft für heute. Training ist vorbei. Morgen dann betreten. Das wird auch noch mal spannend. Aber, trinken wir schon hin. Geht schon. Auf jeden Fall schon irgendwie weg. Und, ähm, jetzt würde ich sagen, geht's los. Letzte Stage fürs Training. Und, dann sehen wir uns danach nochmal. Let's go! Geräusche Hai, bitte. Ike? Uack, uack, uack. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Gott, ich komme gleich mal ins Klickpedal Okay, das war eine gute Idee, also die hat mir gefallen, zumindest Oh Gott, ja, 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 klar Oh Gott! Ah, gut, ja, fancy highlands Oh Gott, ja, 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 ja! Oh Gott, ja, ja! Das war's für heute. also das geht das Ding ist Leute, hier ist ultra rutschig gerade und diese ganzen Wurzeln sind einfach der Tod jetzt sehe ich fast gar nichts mehr weiter gehts, da war der Akku leer weiter oder? ja am besten nicht bremsen das ist echt verrückt hier weiter weiter Es ist gut hier. Oh, nice one. This is crap. Oh, nice one. 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 Oh, nice one.